Herzlich Willkommen auf Revitec. In diesem Video geht es um den Lionello Annet Buggy. Lionello Annet Kinderwagen Buggy Annet ist ein Buggy, der dank der der EVA Schaumräder in jedem Gelände bestens zurecht kommt. Alle Räder sind mit leistungsstarken Stoßdämpfern ausgestattet, die Vibrationen nahezu auf null reduzieren. Zu den sicherheitstechnischen Highlights zählen das Fünfpunktgurtsystem und die Leichtstoppbremse. Das Dach ist größer und länger als bei anderen Modellen, wodurch er die Kinder nicht nur besser vor Wind, Regen und Sonne schützt, sondern auch mehr Platz bietet. Durch das transparente Fenster kann man jederzeit sehen, ob dem Kind etwas fehlt. Dank der Möglichkeit, die Rückenlehne vollständig horizontal zu platzieren, ist Annet für Kinder ab dem ersten Lebensstagen geeignet. Der robuste aber leichte Rahmen des Wagens garantiert Stabilität und Widerstandsfähigkeit auch bei intensiver Nutzung. Die Bremse an der Hinterachse wird komfortabel und schnell mit nur einem Fuß bedient. Im Lieferumfang sind ein Moskitonetz, ein Fußsack für die kalten Tage und eine Trinkflaschenhalterung enthalten. Der Buggy kann zusammengeklappt und so einfach im Auto transportiert werden. Die Rückenlehne kann mit nur einer Hand von der Sitz- bis zur Liegeposition verstellt werden. Der mit Kunstleder bezogene Handgriff und der Einkaufskorb bieten viel Komfort. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.